Der Sommer schlägt wieder durch in Deutschland, die warme Luftmasse breitet sich wieder aus von Südwesten und Sommerfreunde werden in den nächsten Tagen richtig auf die Kosten kommen. Es sei denn, man ist im Norden, da muss man sich noch ein bisschen gedulden, das wird in den nächsten Tagen auch besser, aber das ist jetzt heute wirklich noch nicht so der große Wurf. Wir sehen das schon bei den Temperaturen, im Südwesten, da geht es schon hoch bis auf 28 Grad teilweise, im Nordosten auch gar nicht so schlecht, immerhin 23, Südosten 24, 25, aber hier in diesem Bereich ist es ein bisschen schwierig. Und man sieht das hier so ein bisschen, den Unterschied zwischen den nördlichen Regionen der Mittelgebirge, also gerade so Richtung beispielsweise Kasselerberge, da werden wir nicht über die 20 Grad hinausgehen und wenn wir dann auf der anderen Seite sind, Frankfurt, da sind wir auch schon wieder bei 27, also teilweise auch recht große Temperaturunterschiede auf kleinem Raum. Und das hängt zusammen mit dem weiterhin recht kräftigen Nordwestwind, den wir hier haben. Im Südwesten kaum noch Wind, der ist zwar auch aus Norden, aber der hat nicht mehr so richtig die Power, um die Abkühlung voranzutreiben. Und zudem gibt es hier in der Südhälfte massig Sonnenschein. Nordosten sieht es auch gar nicht so schlecht aus, aber hier von der Nordsee bis rein zu den Mittelgebirgen, da gehen wir teilweise sogar komplett aus. Also vormittags schon ziemlich trüb, da gibt es hier und da in Norddeutschland sogar noch ein bisschen Sprühregeln, ein bisschen so wie gestern, da war es ja auch ziemlich trüb. Ostsee, da geht es schon ganz gut los, im Süden sowieso und da bleibt es auch am Nachmittag sehr freundlich. Hier und da werden sich die Wolken dann auch mal im Osten ein bisschen lichten, auch über die Mittelgebirgen. Ganz im Osten, also Vorpommern, Brandenburg, Oderbruch, da kann es dann mal so ein paar Schauer geben, ansonsten bleibt es trocken. Das ist der Streifen, wo es nicht nur trocken, sondern auch grau bleibt. Dann haben wir noch ein anderes Ereignis jetzt in der Nacht. Gegen 23.30 Uhr gibt es den Höchstpunkt der partiellen Mondfinsternis, also da werden wir am wenigsten vom Mond sehen. Naja, es sei denn, ihr seid in Norddeutschland, da werdet ihr wahrscheinlich gar nichts vom Mond sehen, gerade Richtung Nordwesten. Ansonsten besonders im Süden, da sieht es ganz gut aus.